moin moin und herzlich willkommen ihr lieben schön dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem kleinen beschaulichen kanal heute habe ich was besonderes für euch und zwar bin ich eingeladen zur klost beta von die siedler eigentlich wollte ubisoft das spiel ja schon auf jeden fall vor ende 2020 auf den markt bringen aber das hat aus irgendwelchen gründen nicht geklappt und dann war ruhe um spiel dann gab es keine information mehr über ein jahr hat das jetzt gedauert bis wir neue informationen bekommen haben und ubisoft hat direkt sein comeback mit einem playtest angekündigt und da sind wir heute ich würde mit euch in die closed beta reinschauen wir können zurzeit nur drei missionen im tutorial spielen und eine partie ist gemisch entweder in pvp oder gegen die ki ich denke wir werden das gegen die ki spielen um mal zu schauen wie luke sie ist das spiel soll schon im märz released werden und naja was soll ich sagen es gibt durchaus schlechte nachrichten für alle eingesessenen siedler fans das spiel hat somit die siedler so wie wir sie kennen nichts mehr zu tun es hat es ist wirklich traurig das was 2009 10 gezeigt worden ist meine ich 2009 10 der erste trailer der war echt vielversprechend es sah genial aus es sah durchdacht aus es hat eine wirtschaft eine wahren wirtschaft eine man konnte bauen man konnte sehen es war es war schön jetzt ist es wirklich enorm abgespeckt das ist enorm zurückgestuft worden warum auch immer das ist mir unbegreiflich es ist mittlerweile ein rts nur noch es ist keine wirtschaft simulation ist es kein aufbauspiel mehr aber das ziehen wir uns jetzt mal rein und ich würde sagen wir starten mal mit der ersten mission im tutorial und zwar ziehen wir uns mal die basics sein klar jeder sollte wissen wie man die siedler spielt also die 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 siedler kennen aber trotzdem der vollständigkeit halber gucken uns das mal an und schauen wie es umgesetzt haben optisch ist das ja ganz schön muss man ja sagen so da wären wir brauchen holz wir brauchen eine sägemühle bauen wir das und zwar mir soll dann hier kommen wir brauchen schon von alleine bin ich gut oder ja das ist zum beispiel eine erneuerung und die wochen wir sind ingeniera die pioniere wie sie früher halt hießen bauen jetzt straßen bauen jetzt gebäude erweitern das gelände alles mit dieser einen einheit ich weiß nicht ja wie ich das finden soll ob das sinn macht ob das nicht sinn macht das ja müsst ihr selbst beurteilen ich finde es absolut schwachsinn pioniere waren für mich diejenigen die hier diese grenzsteine versetzt haben und ja baumeister sind baumeister und nicht alles in einer einheit außerdem verinnerlichen die auch noch die geologen also mit denen könnte auch noch rohstoffe finden ja warum ist also die frage wir müssen straße ziehen das kennen wir auch so dann schließt die alles an wird das machen wieder diese truppen ich weiß nicht das ist zum beispiel schon eine neuerung die ist unbegreiflich warum ja es gab es schon den machen wir gleich ok transport them all you need to connect to the road haben wir ja select the location for information haben wir ja produziert zwei von zwei ok jetzt müssen wir warten bis das eingestoppt worden ist von maurice von der gamestar gibt es ein video der fasste dort die entwicklung auf den punkt zusammen und ist ja ja schaut es euch am besten selber an er ist mehr als enttäuscht ich verlinke euch das in den kommentaren da könnt ihr einfach mal draufklicken guckt euch das video von maurice mal an ich finde er trifft es ziemlich auf den punkt wir müssen die sägemühle anschalten läuft produziere eine ein holzbrett machen wir ja aber ein urteil fällen wir uns nachdem wir hier mal alles angetestet haben ich weiß nicht ob wir zwei oder drei folgen daraus machen ich muss mal gucken wie lange das hier so geht wie schnell welche durch die tutorials kommen vielleicht reduziere ich das auf zwei folgen ich weiß halt nicht genau wie viel inhalt die beta hier hat siebzehnter märz ist release termin ich bin gespannt so das war's congratulations ja wir haben holz gefällt wir haben ein holzbrett hergestellt es ist jetzt bereit für neue konstruktionen aber nicht hier das ist schon fertig wahnsinn wir haben tatsächlich eine einen wahren weg gelernt jetzt kommt zuerst der kampf und dann die produktion finde ich auch sehr spannend das zeigt doch auch schon mal in welche richtung es geht wo der schwerpunkt ist nämlich auf den kampf ist leider so combat okay wir müssen komm mein gott wo soll das hin können wir gruppieren mit steuerung zahlen taste könnt ihr eine gruppe zuordnen hier oben also mit dem markierten figurchen da ich mir mal anschauen wir mal zack 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 enemies attack da können wir mit der lehrt hast du dann hinspringen ist vielleicht gar nicht schlecht ist halt nur etwas unübersichtlich beziehungsweise problematisch wenn wir von vielen seiten angegriffen werden das ist unser heiler mit y und anklicken aber natürlich galben schaden macht aber so müssen wir halt jeden einzelnen anklicken fügen wir ihn hinzu schwupp ja da geht es nämlich schon los ok attack the buildings welche buildings hier oben kämpft ihr hunde und zerstört das feindliche lager los geht's wo die sind erst mal gegner machen jemals erst platt die armee ist unsere attack ok ja und dann greife das ja ich will dass ihr das angreift hier ich weiß nicht warum denn noch nicht dass sie auch mal seid ihr eigentlich schwer von begriff oder was ist los hier ja greift mal alles durcheinander an eine gute idee ok packen wir sie hier auch bei steuerung 1 erstmal heilen wir uns und dann greifen wir weiter an destroy the warehouse womit fangen wir an gehen wir direkt da drauf oder ist ja ein tutorial sollte ja wohl gehen das tut schon weh er hier muss ich sagen ok das haut schon ordentlich rein was sind das eigentlich ochsen die backverschießen ne ist klar irgendwelche pseudo spell raketen oder was es gab auch mal katapulte und sowas was ist denn damit passiert wo sind die denn was ist das hier ein esel ein ochse ein esel ich weiß es nicht ein ochse oder ok das ist ja und warum greift er nicht an ach so jetzt geht es naja ist eine beta nee wir dürfen nicht zu viel verlangen ist ja auch noch ein paar tage bis den release dann kann man solche bugs dann auch beheben wichtig ist wenn ihr das spiel auch testen könnt schreibt ein feedback schreibt ubisoft was ihr davon haltet schreibt es in deren form nur so können wir vielleicht noch was bewirken ok wir haben gewonnen das war ja easy mit zwei einheiten haben wir überlebt ja beendet und die produktion das warum es sich ja eigentlich dreht in die siedler jetzt bin ich ja mal gespannt ob das jetzt mal umfangreicher ist wir starten an der selben stelle haben die lari als volk es wird wohl drei spielbare völker geben ja aber da erzähle ich jetzt noch nicht zu viel für ich will ja auch nicht spoilern missing a line select the warehouse what resource is stored there ok wir haben planken wir haben natürlich kein stein ja stone wir müssen stone haben ja hier ist stone building ist blockt müssen abreißen tun wir das mein gott ja bauen stein gedöns ja was mit der straße das wissen wir alles hatten wir ja im ersten tutorial schon send the engineer to build so was ist bau hier bau da kann man automatisch klicken dann laufen die zur nächsten baustelle und bauen automatisch leider ist das nicht von vornherein eingestellt was ich schade finde es macht mehr sinn es von vornherein auf auto build stehen zu haben oder die die engineer und bei bedarf eben abzuwählen aber so vergesst man das und wundert sich warum die beute gebäude nicht gebaut werden und dann stehen die da doof rum weil sie eben nicht automatisch so eingestellt sind das ist weit weg vom wahrenhaus ja das habe ich mir gedacht wait till finished ok ich habe noch keine möglichkeit gesehen das irgendwie zeitlich also die zeit zu beschleunigen ich weiß gar nicht ob das geplant ist ähm oder nicht enemy site da oben ist ein feind ok das war's ok wir haben das produktions tutorial ja in zwei minuten 16 geschafft ja gut ja das waren die tutorials hm das war jetzt nicht besonders umfangreich heute gibt es noch exploration und advanced ja ok ok Freunde ähm bis hierhin schon mal OW OW Ubisoft was habt ihr euch dort dabei gedacht in der nächsten Folge werden wir das Gimisch ausprobieren und mal eine Party gegen die KI spielen und mal schauen wie der ganze Siedelprozess so abläuft ja und danach können wir uns glaube ich mal ein Urteil erlauben was wir hier von dem Spiel halten sollen meine Freunde wenn euch das Projekt gefällt wenn euch irgendwelche Fragen zu die Siedler auf der Seele brennen dann schreibt das in die Kommentare wenn euch das gefällt dann lasst einen Daumen da lasst ein Abo da aktiviert die Glocke und ja schreibt mir mal was ihr bis jetzt davon haltet seid ihr gewillt das Spiel zu kaufen oder eher nicht Fragezeichen sagt es mir ich bin gespannt mein Name ist Seboros ich bin raus ök ¨ äh